Oh, und meine Nase juckt wieder. Mh, 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 mh. Oh, tut das gut. Oh, oh, ja. Und ich bin nicht tot. Na komm, du blöder Fuß, du bist wieder da. Und nicht tot. Autsch. Gibt es irgendeine Stelle auf dieser Plattform, an der ich nie getroffen werden würde, dann würde ich mich dorthin stellen und einfach nur auf diesen Fuß warten. Das wäre natürlich eine geile Idee, aber es, glaube ich, klappt nicht. So sehr ich das auch möchte. Oh Gott. Oder muss ich vielleicht auf dieses Ding draufhüpfen? Äh, ich probier's. Dazu müsste ich erst mal treffen. Nö. Hüpfen, nicht gut. Hüpfen macht Putt. Autsch. Na komm. Na komm, du willst doch auch sterben. Du willst es doch. Du hast doch Bock. Ah. Autsch. Aber wie ich es hasse, diese Kometen und diese... Diesen Fuß, diesen Fuß. Wie kann nur ein Fuß so übel sein? Ich... Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht im falschen Moment ein Safe State setze, sonst bin ich irgendwann... bringt der ganze Kampf nix. Das ist einfach nicht mehr lustig. Das ist kein Spiel. Das ist purer Selbstmord, ey. Zum Glück ist das echte Leben nicht so. Real Life ist irgendwie einfacher. Autsch. Äh, was muss ich in diesem Kampf eigentlich machen? Muss ich wirklich... diesen Fuß so oft treffen, dass er... Oder muss ich vielleicht die Dinger kaputt schießen? Oder muss ich machen, dass... dieser Fuß getroffen wird von Kometen? Wer weiß. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Nein. Die Kometen haben den Fuß jetzt, glaube ich, gerade getroffen und es ist nichts passiert. Autsch. Äh. Was muss ich tun? Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt wirklich mal... euch den Spaß verderben muss. Aber ich glaube, gleich werde ich googeln. Äh. Oder muss ich die Fahne treffen? Nö. Die Fahne treffen bringt nichts. Glaube ich. Aber es... Wieso ist das Ding manchmal blau? Die Dinger kann ich auch nicht fressen. Also es bringt mir schon mal nix. Boah. Nein, sorry. Also da müssen wir wohl Meister Google befragen. Bis gleich. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich kann nur sagen, dieses... Spiel... Suckt. Denn... Es ist... Äh. So, dass... Wenn... Ich dieses... Also... Ding besiegen will, dann muss ich... Äh... Meine... Shots... Also... Ich muss... Die ganze Zeit auf ihn draufhalten. Mann. Und... Es darf nicht abbrechen. Also... Er muss die ganze Zeit gehittet werden. Ich weiß nicht, wie viele Treffer ich landen muss, aber es werden sehr viele. Wenn ich eine Sekunde nicht treffen sollte, wie das zum Beispiel gerade der Fall gewesen wäre, so, dann bricht alles ab und ich muss von vorn beginnen. Ich darf den... Ich darf den... Also nicht... Autsch. Autsch. Ich darf ihn nicht erholen lassen. Sich. Autsch. Nein. Nein. Hilfe. Autsch. Äh... Nein. Na komm. Jetzt. Nein. Ah, Mann. Es ist lang... Es langt doch. Es ist genug. So. Continuing. Also, ich muss wirklich... Was? Was zum... Was war das? Was sollte das? Ich muss doch... Ich muss doch treffen, muss ich. Warum? Oder bin ich jetzt in Phase 2? Nein. Autsch. Äh... Ist das eklig. Autsch. Okay. Ich muss also... Er... Er kriegt seine volle Energie wieder, wenn ich... Äh... ... ihn ein paar Sekunden... Äh... Eine Sekunde lang nicht treffe. Das ist Dreck. Ich muss die ganze Zeit auf ihn draufhalten. Möglichst... Wenn ich einen Turbo-Button hätte, wäre ich am einfachsten, am sichersten. Hab ich aber nicht! Oh, fuck, fuck, fuck. Das wäre knapp geworden. Ups. Wieder nicht getroffen worden. Äh... Wieder getroffen worden. Hm, nein. Nein. Nein, nochmal. Ich will diesen... Hit-Hagel nicht abbrechen lassen. Oh, Gott! Wer denkt sich so ein Kack-Level aus? Also, End-Boss-Fight. Nein, das war wieder nix. So. Oh, Gott! Das wird doch ewig nüscht! Ganz im Ernst, das... Das geht doch gar nicht! Oh, Gott! Den die ganze Zeit zu treffen, diesen Kack-Fuß. Ah, meine Güte, ey. Oh, Gott! Hups. 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 Oh, Gott! Äh, nein. Das war jetzt grad nix, aber... Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Ah! Mann! Muss ich das jetzt ewig so weitermachen? Muss ich das bis an mein Lebensende machen, oder was? Was? Moment, da war wieder... Da war wieder alles weg. Alles futsch. Die ganze Arbeit weg. Von vorher. Autsch. Äh. Au. Au. So, bitte. Wenn man wenigstens sehen würde, dass was passiert... Also, äh, wie lange was... Und so. Wenn man wenigstens irgendwas sehen würde. Autsch. Autsch. Irgendein Erfolg hier. Hm. Mir wird's zu doof bald. Äh? Moment mal. Ich hab nicht mehr genug Zeit. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Also, der von den Programmierern. Ich bin also eher fertig als dieses Vieh. Als ich dieses Vieh fertig machen kann. Ich kann nicht mehr. Hm. Autsch. Jetzt reicht's mir. Es ist doch unmöglich. Es muss unmöglich sein. Mein... Mein Daumen tut weh. Autsch. Autsch. Ach, mir ist das egal. Pah, ihr könnt mich. Ich glaub, das wäre nur was für ein Koop-Modus, damit man's auch wirklich mal schafft. Mir ist egal. Ich kann auch sterben. Okay. Sagen wir mal so. Das Let's Play ist trotzdem beendet, denn ich hab echt keinen Nerv dafür, das Ganze nochmal irgendwie zu machen. Also, Entschuldigung, vielleicht versteht ihr es vielleicht nicht. Ich glaub eher, dass ihr es nicht versteht. Ihr müsst das Spiel mal zocken, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist so grauenvoll. Es ist so... Es hat mich in die Knie gezwungen. Es ist wahrscheinlich das erste Spiel in meiner... Ne, es ist das erste Spiel in meiner Let's Play Karriere, was ich nicht bis zum Ende durchzocke. Weil erst wenn dieser Kampf vorbei ist, dann wäre es bis zum Ende durchgezockt. Und dafür hab ich einfach nicht den Nerv. Tut mir leid. Das nächste, was ich mache, ist Donkey Kong Land 1-3 für den Game Boy. Und ja, die werde ich auf jeden Fall beenden. Das schaffe ich, das weiß ich, das kann ich. Und zu euch sag ich jetzt einfach mal Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.